Puppen wir mal weiter auf den Fünfer. Direkt, direkt mit den Golden Fingers. Ab geht's zu Neidah. Sehr schön. Jetzt alles zurück, Hone. Warte mal, wir machen das mal anders jetzt, Igor. Der vorübergehende Sperre für 15 Minuten. Bestätigen. So. 7,50 Euro. Der schreibt immer noch Einsätze rein. Das macht er wieder gut. Sein Zeichen bei einem Kaffee morgen lassen. Wir haben eine Verarschung. Servus, Puddy. Dominik, servus, mein Lieber. Und, okay, dann muss die noch mal hoch auf X6. Alter, jetzt muss er knallen. Komm schon. Die letzten zwei Spins gönnen. Da stehst du super. Kenne ich dir jetzt? Wow. Wow. Die Jacques nimmt da auch noch mit? Das ist krank, Leute. Das. Das. Genau auf das habe ich gewartet. Ich habe wieder. Krank. Krank. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Und. 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 7,400 Euro unterbezahlt. 7,400 Euro unterbezahlt. Ja. Ja, ich bin fertig, Leute. Ja. Ja, ich krieg Schweißausbrüche. Ehrlich. Heute, ich bin haltet. Ciao. 7.000